Meine Videos ohne Werbung, das geht nicht, doch und zwar mit der Tech-Supporter-Premium-Kanal-Mitgliedschaft. Werdet Tech-Supporter-Premium-Kanal-Mitglied und genießt für nur 7,99 Euro im Monat meine Videos ohne Werbung und ohne Bitte um Unterstützung. Das Geniale daran, ihr könnt damit meine Videos sogar drei Tage früher sehen und das ohne Werbung. Ich freue mich euch zur Tech-News für diese Woche begrüßen zu dürfen und somit zur Ausgabe 12.2022. In der heutigen Tech-News habe ich folgende Schlagzeilen für euch. Spielemesse E3 2022 entfällt komplett, Sony X80K LED-TV vorbestellbar und AGC 2 OLED ab zweiter Jahreshälfte mit OLED-EX-Panel. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format Tech-News gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Eurhythmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Bereits 2020 und 2021 musste sich die große Videospielmesse E3 aufgrund der Corona-Pandemie auf ein reines digitales Event beschränken. Auch 2022 sollte die Spielemesse in Los Angeles wieder rein digital stattfinden. Nun haben sich die Verantwortlichen dazu zu Wort gemeldet. Sie haben bekannt gegeben, dass die E3 dieses Jahr gar nicht stattfinden wird. Ein genauer Grund wird nicht genannt, es wird aber vermutet, dass das Interesse der Spiele-Publisher nicht groß genug ist. Viele Spiele-Publisher haben ja inzwischen eine eigene digitale Lösung der Spiele-Präsentation gefunden. Die E3 soll aber 2023 wieder gewohnt veranstaltet werden. Dass Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und Co. total beliebt sind, muss ich wohl nicht weiter erläutern. Diese Beliebtheit soll wohl aber bald ein Ende haben. Zumindest wenn es nach der Beraterfirma Deluit geht. So errechnen jene, dass im Jahr 2022 rund 150 Millionen Menschen ihre Streaming-Abos komplett oder teilweise kündigen werden. Grund hierfür soll vor allem die große Fragmentierung an Diensten sein. Sprich, es sind einfach zu viele und vor allem die steigenden Preise für den Lebensunterhalt sollen maßgeblich dazu beitragen, dass Streaming-Dienste an Abonnenten verlieren werden und sogar damit vom Markt verschwinden werden. AG hat bekannt gegeben, dass der AG C2 OLED-TV ab der zweiten Jahreshälfte zusätzlich mit einem OLED-EX-Panel auf den Markt kommen wird. Bevor jetzt alle C2-Interessierte aufspringen und Hurra schreien, würde ich euch bitten, sich wieder zu setzen. Denn das EX-Panel wird vorerst nur für die 42-Zoll-Variante erscheinen und es wird keinen Einfluss auf die Bildqualität oder Helligkeit des C2 haben. Grund hierfür ist unter anderem, dass dem C2 die Heating zur Kühlung des Panels fehlt und der Pixelabstand der kleinere Modelle zu gering ist, um einen sichtbaren Effekt der EX-Technik zu bekommen. Sprich, das OLED-EX-Panel wird keinen Helligkeit-Zuwachs beim AG C2 bringen. Aber was wird das OLED-EX-Panel nun bringen? Dank der Deuterium-Technik können OLED-TVs damit a. langlebiger und b. stromsparender gebaut werden. Somit wird sich der Vorteil eher auf die Betriebskosten auswirken, als auf die Bildqualität. Wirklich von einem OLED-EX-Deuterium-Panel wird wohl das entsprechende G2-Modell profitieren, welches vermutlich auch in der zweiten Jahreshälfte erscheinen wird. Der 4K-Einstiegs-TV X80K aus dem Hause Sonys kann nun seit dem 5. April 2022 vorbestellt werden. In diesem Zusammenhang hat Sony auch die Preise vorgestellt. So erscheint der X80K in 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll und dies ab 899 Euro bis 1.999 Euro. Beim X80K handelt es sich um einen Direct-LED 4K-TV, welcher mit HDR10 und Dolby Vision daherkommt. Auch eARC unter Auto-Low-Laticy-Mode ist mit an Bord. Dinge wie 4K mit 120Hz, VRR und somit der vollen Unterstützung von HDMI 2.1 sind nicht mit dabei. Der X80K bietet nur ein 50Hz-Panel und ist entsprechend nicht auf dem Betrieb als moderner Gaming-TV ausgelegt. Ja und damit war dies die Tech-News für diese Woche. Ich hoffe euch hat dieses Video wieder gefallen. Falls ja, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere Tech-News-Ausgabe mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!